da freunde da sind wir wieder bei outlast ich muss euch natürlich noch ein dokument beziehungsweise eine notiz zeigen die habe ich beim letzten mal vergessen einmal die hier genau dann einmal die hier der dreckskerl genau so jetzt haben wir ja okay dass immer durch haben wir das problem dass wir in den keller sollen so der ist weg dann würde ich sagen gehen wir auch mal in den keller obwohl ich das gar nicht lustig finde denn diesen abschnitt hier den finde ich so was von zum kotzen naja ist dann nun mal so ne da müssen wir halt alle durch so ich weiß so in etwa was passiert so was haben wir denn da ich denke mal ein dokument ist das ne ja genau so freunde der sonne schaut es euch an drückt pause so ich schalte um perfekt weil hier das wird jetzt der erste bereich sein wo wir das erste mal es mit mannequin zu tun bekommen die uns ans leder wollen shut the fuck up und äh das ist nicht so gut so wir sollen den strom anmachen ich glaube von da kommt der typ gleich rein ich bin mir nicht sicher ich würde sagen wir gucken uns jetzt hier erstmal um und wir knallen die türe auf einfach so da haben wir noch eine batterie was haben wir hier drücken wir das knöppchen ansonsten ist hier nichts mehr da kommt er so ich würde sagen den drücken wir auch noch und dann verstecken wir uns erstmal ob wir das jetzt machen müssen ist äh ist halt ne andere sache ich weiß es im moment echt nicht ich mach mal da ist er da ist der Benno ich mach mal aus ich weiß ja nicht vielleicht sieht er das ja Junge 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 gehst du mal um den Sack und wir gehen mal raus hier das ist so dunkel hier und wir laden mal die Batterie nach und ich hab gesehen der Penner der stand da gerade oh da kommt er ah ah piss dich verschwinde bloß was ist das wow hä willst du mich gerade verarschen ja komm Marathon folge mir hier rein und in den Schrank nein nein er hat uns gesehen ach verschwinde doch du Drecksau ähm ah Junge 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 ich bin zu alt für diese Scheiße hier äh nein ah du Drecksau ey will der nicht verarschen ich hab doch ich hab doch schon hier angeschaltet da 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 wir müssen weg nein 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 ah verschwinde doch einfach Drecksau komm und hier rüber und erstmal hier weg ja du gehst mir auch auf den Zeiger äh keine oh wei ich bin ja schon ich bin ja schon fast platt so schnell 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 und hier rein nein da hat der mich schon wieder ey Typ was bist du mach dich mal auf den Stau so hier rüber oh Typ du gehst mir auf den Zeiger verschwinde man lass mich einfach in Ruhe so jetzt geh mal hier wieder hoch hier 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 und hier rein wir versuchen das nochmal der geht mir auf den Sack ne da ist er so wir konnten jetzt nichts machen müssen wir erst mal gucken müssen wir wo der ist verstehst gerade ein bisschen nicht so da ist der eine ausgang schnell weg und dann durch und ich weiß der folgt uns nicht ist das ein typ so wir gucken mal da kommt da und hier durch kann es sein dass wir ein bisschen zu schnell sind ich weiß es ja nicht mehr alter junge langsam ist mir tierisch auf den sack weißt du da ich verstehe hat sowieso nicht da läuft irgendwie immer den gleichen weg so da ist gar nichts das kann es doch echt nicht sein oder sagen wir warten einfach mal wo ist der typ da hängt jemand rum du gehst mir auf den sack sag mal ich habe beide pumpen angeschlossen ja komm jungen verpiss dich ehrlich verpiss dich einfach hier rein oh junge es wird dunkel es wird dunkel die türe ist erst mal zu da ist eine batterie nehmen wir natürlich mit super wo ist der typ oh man ich habe doch gesagt ich hasse diesen bereich hier hängt auch jemand matratzen hier können wir uns verstecken ich frage es jetzt aber wo müssen wir hin so da hinten da liegt noch eine batterie super hier haben wir ein schalter hier legen wir natürlich mal direkt um das ist die frage haben wir jetzt alles nein da kommt der dreckssack wieder rein da ich glaube ihr seht jetzt gar nichts da ist der penner oh man also wir warten jetzt einfach mal ein bisschen weil wir wollen ja nicht dass er uns erwischt komm wir wechseln die batterie wieder ich meine das geht ja echt schon gut los Junge 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 ich will ein Radar haben damit ich sehe wo der Typ ist ah du kleiner tu mir doch mal einen gefallen und verpiss dich einfach ja so jetzt gucken wir erst mal und laufen jetzt hier ein bisschen hin und jetzt gucken wir mal ob wir irgendwie den Schalter umlegen können nein perfekt hallo rein da und hier rüber und hier nein da da nein Junge gehst du mir auf den Senkel Typ boah das ist doch ey das ist doch ein krankes Spiel ich habe keine Ahnung was ich jetzt gerade machen muss aber das reicht ganz ehrlich das reicht so wo muss ich denn hin ich habe keine Ahnung Fahrstuhl ja oh gibt schlechtes Wetter da hinten ist doch einer ähm jetzt mal ohne Scheiße ich weiß gerade gar nicht wo ich hin muss ja da unten bestimmt nicht oder also ich komme ja von da muss mal nachgucken ähm ja woher weiß ich denn wo ich jetzt hin muss Tastatur I'm sorry my son I didn't want to have to do this to you but you can't leave Nicht noch. Es gibt noch so viel für Sie zu sehen. Will Sie es sehen? Kannst du? Unser Herr, der Wallrider, der seine Wahrheit in den Unbelievern? Der einzige Weg aus diesem Ort ist die Wahrheit. Accept das Gospel, und alle Türs werden vor dir öffnen. Untertitelung des ZDF, 2020 ... Das war's für heute. Ach, ne, Freunde der Sonne, ich sage jetzt einfach erstmal, ich mache jetzt hier erstmal eine Aufnahmepause, denn mir ist das einfach zu viel. Ähm, wir sehen uns dann halt im nächsten Video, ne, bis dann, tschüss.